Sie sind hier, 17. Oktober 2018, 11.11 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Florian Schnorenberg wird Nachfolger von Sascha Hildmann in Großaspach Urheberrecht, Getty Image Strictly Gist, SG Sonnenhof Großaspach ernennt Florian Schnorenberg zum neuen Coach. Der 41-Jährige ist ein Neuling in der dritten Liga. Drittligist, SG Sonnenhof Großaspach hat einen Nachfolger für den vor zwölf Tagen entlassenen Trainer Sascha Hildmann gefunden. Florian Schnorenberg übernimmt die Mannschaft und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein, auf die Aufgabe bei der SG Sonnenhof Großaspach und auf die Chance in der 3. Liga arbeiten zu können, sagte der 41-Jährige. Zuvor war der gebürtige Siegner acht Jahre lang als Trainer und sportlicher Leiter für den oberligesten TUS Erntebrück aktiv. Schnorenberg schaffte mit Erntebrück zweimal den Aufstieg in die Regionalliga. 2015, 2017, dreimal gelang die Qualifikation für den DFB-Pokal. Großaspach war zuletzt nach sieben Spielen ohne Sieg auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und im Landespokal am verbandsligesten TSV Essingen gescheitert. Von Sportinformationsdienst